Jo, ich glaub, der nimmt auf. Ja, hallo zusammen. Ich wollte Bescheid sagen, Stream ist vorbereitet, ist online. Es sieht auch gut aus, also ich hoffe mal, dass es ähnlich gut laufen wird wie beim letzten Mal. Also technisch scheint auf jeden Fall von meinem Rechner erstmal alles zu funktionieren. Grabber wird erkannt, mein Mikrofon wird erkannt, die Cam wird erkannt und die Auslastung ist echt moderat. Ich hoffe, dass Twitch heute mitspielt. Letztes Mal hatte ich ja den Vorteil gehabt, ich hab sehr früh angefangen, das heißt, da waren noch nicht so viele dran. Nur in der momentanen Situation mit dem langen Wochenende, ich weiß nicht, ob heute mehrere Leute auf die Idee kommen zu streamen, dass die Auslastung vielleicht einfach zu hoch ist. Aber warten wir mal ab. Ich bin da erstmal zuversichtlich. Ich habe sogar, ich hab letztes Mal ja versprochen, ich sorge für Licht und ich glaube, ich hab's geschafft. Ich hab so ein bisschen die Nacht simuliert mit meinen Vorhängen und alles Tür zugemacht und so. Hab hier jetzt eine Lampe stehen. Das heißt, es kann gut sein, dass ihr mich heute sogar in späteren Abendstunden noch sehen werdet, wenn ihr denn natürlich möchtet. Und ja, was es wird heute gespielt, hab ich ja schon gesagt. Metal of the Underground, Wayman und Pflanzen vs. Zombies. Ob wir was davon heute fertig bekommen, weiß ich nicht. Also Metal of the Underground auf gar keinen Fall, weil da brauche ich bestimmt noch zwei, drei Streams bestimmt, inklusive den heutigen. Wayman könnte sogar vielleicht sein, je nachdem wie gut ich vorankomme. Und ihr müsst mir auf jeden Fall helfen, weil mir fehlen noch ziemlich viele von den Plums, heißen die, glaube ich, von den Käfigen auf jeden Fall. Und Pflanzen vs. Zombies weiß ich auch nicht, wie viele da noch kommen. Keine Ahnung, aber da müsste, glaube ich, noch ein bisschen was eigentlich kommen. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr die Zeit finden würdet, einzuschalten. Ich bin auf jeden Fall noch lange da, ne. Also ich werde irgendwann, denke ich mal, so bis, ja, bis nachts halt, wie immer, zwölf, eins, zwei Uhr, irgendwas so dazwischen. Ich selbst komme wahrscheinlich so gegen 15.30, 15.40 dazu, denke ich mal. Da wird eh erst mal gelabert, trinke ich erst mal mein Bierchen, ne, und machen wir ganz entspannt heute. Jo, und falls ihr keine Zeit habt, keine Lust habt, dann schönes langes Wochenende, schönen Feiertagmorgen, wenn ihr in Deutschland zumindest lebt oder arbeitet zumindest. Und ja, man sieht sich dann bestimmt immer mal wieder. Aber für all die, die nicht können, ich lade ja natürlich wieder hoch den Stream. Also natürlich klingt immer so, wie ich das immer tun, aber letztes Mal habe ich es sogar recht zeitnah gemacht. So, das war jetzt lange genug für ein Stream-Angenügungsvideo. Ich habe keine Lust zu schneiden, deswegen gibt es jetzt einen holprigen Abschied. Vielleicht bis gleich, ansonsten ein schönes Wochenende und jetzt beende ich die Aufnahme. Tschüss, tschüss. Tschüss.